einen wunderschönen guten morgen und willkommen zurück zu bulli die ehrenrunde ja wir machen hier weiter wo wir das letzte mal aufgehört haben und ja ich meine ich quatsch nicht lange und wir schmeißen uns gleich ins gemüse rein genau hier sind wir das letzte mal ja stehen geblieben letzte runter hier machen wir auch voll motiviert weiter die frage ist jetzt müssen wir dann um eins dann wieder in unterricht oder haben wir frei oder wie sieht es aus ja ja okay wir wollten gucken genau wir haben jetzt nämlich sehr viele schon fertig wir haben bis jetzt gut fotografie haben wir noch keine gehabt mathe gut ist es eigentlich auch easy peasy erdkunde ja dann muss ich sagen erdkunde sei wie gesagt nicht so mein fall wahrscheinlich nie so gut muss ich immer fast alles raten arbeitslehre das ist ja gut da muss ich mich erst dran gewöhnen kunst habe ich auch sehr oft verkackt hätte ich eigentlich auch schon lange fertig haben müssen aber ja werden wir ja sehen mal sehen was wir jetzt diese jetzt kriegen ich merke mal so hier sind immer weniger von diesen von diesen komischen kunden drinnen die hier immer die streber verprügelt haben was sagst du die wir schon wieder blümchen haben die wir schon wieder rumfummeln was habe ich denn hier hinten blaues wie komm ich denn da rein ich habe wieder keine aufgabe ja check das mal aus die penner leute spacken wir haben kein unterricht sehr schön was leuchtet denn da hinten ich sag doch die steuerung die ist ne er dreht sich dann aber auch nicht rum geht er dreht sich dann nicht rum die steuerung haben sie wirklich ein bisschen verkackeli gekackt was haben wir denn hier drinnen wir gehen einfach mal rein wir gucken einfach mal ach das ist jetzt das box ding mal gucken hopkins hopkins oh hier hopkins Runde 2, das ist ja auch schon gar nichts mehr, oder? Ach, gedrückt halten, ja okay, das habe ich schon überlesen, gedrückt halten. Ich habe gewinnt. Oh, jetzt geht es weiter. 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 Na komm, werde ich nicht, ey. Machen wir gleich eine erste Runde zu null. Ich hab gewonnen, yeah man. Ich hab das alles. Das ist ein Ruckman. Das ist das Beste, du kannst. Das ist das Beste, du kannst. Das ist das Beste, du kannst. Hoppkins, du bist so ein Ruckman. Das ist das Beste, du kannst. 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 Verdammte Kacke, das war ja schon. Hoppkins, geh nach Hause. Loser ist ein Ruckman. Könnt ihr nicht nur Freunde sein? Könnt ihr nur Freunde sein? Könnt ihr nur Freunde sein? Wie viel müssen wir denn hier machen? Was ist das schön? Okay, ein Strandhaus? Wie geil ist das dann? Ich habe jetzt ein Strandclubhause erhalten, nur weil ich jemanden Boxen besiegt habe oder drei Leute, wie geil ist das denn? Okay, 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 ist gar nicht verkehrt. Hier drinnen gibt es jetzt wohl anscheinend eine neue Mission, oder? Die Eier. Okay. Hier selber irgendjemand Eier haben. Du kannst den Aquaberry-Bulli in der Blue & Old Blablabla kaufen. Ah, jetzt muss ich mir noch. Warte. Haben wir da wenigstens genug Kohle, um beides zu kaufen? Ähm... Wir kaufen dir jeden das Hautschön hin. You'll be the talk of the town with your new Garments. Goodbye. Goodbye. I'm gonna pound you. Everyone knows you're the thing. Our TV being a cop of all cigarettes and garments that they've ever seen. I wish I could make my... Kinokarten, das ist gar nicht das, was ich wollte. Das ist nicht die Mission, die ich wollte. Da muss ich hinter. Waren sie, wenn die ab. Alter, was ist denn los mit dir? Was willst du denn? Wollen wir uns gleich rumbrühen oder später? D.I.L.? 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 D.I.L. D.I.L.? D.I.L. Oder eine soziale Hilfe. Ich und die Schäufe waren ein bisschen Revenge-Hit, auf der alten Hat-Trick. Wir lieben was, dass das alte Soap Galloway gemacht hat. Ein Schäufe kann einen Drink, wenn er überhaupt will. So? So, mein Freund, sind Sie, wie sie sagen, in? Ja. Sie sind Englisch? Nein, ich spreche nur so, weil ich sehr insekutig bin. Mein Vater ist selbst-Made, also ich bin der Zeit, aber ich bin wirklich Nouveau-Riet. Aber weniger über mich, lieber Junge. Hör, wir gehen in den alten Kajas Haus. Cool. Schmerzen! Du gehst ein paar Ecken und mich und die Schäufe wieder in meinem Haus zu treffen. Entweder wollte der freundlich sein, oder der wollte eine Umarmung von mir. Lernt doch mal Autofahren. Was ist los mit euch? Jetzt müssen wir mal gucken. Uh, ganz schön weiter Weg. Ganz schön weiter Weg. Jetzt müssen wir mal gucken, wie kommen wir denn da hoch? Und wir müssen hier rechts rum. So und Rettung. Oh man, man. Oh man, man! Oh man, man. Oh man, man. Oh man, man. Oh man. Oh man! Oh man! Oh man. Oh man! Oh man. Ich frage jetzt bloß, sind wir jetzt hier richtig oder rau doch mal ab? Sind wir jetzt hier richtig? Könnte hinkommen oder? Ja, wir machen jetzt hier vorne und dann machen wir links. Könnte passen. Oh, was war denn hier? Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Nehme ich sehr gerne mit. Bro, wir müssen hier, ich denke mal hier rein, oder? Jetzt sind wir jetzt wieder zu weit gefahren. Ging es dann hier vorne rein? Jetzt hab ich aufgepasst. Ja, hier ging es dann, ja. Ich hab grad gar nicht aufgepasst. So, da wollen wir mal gucken, ob wir hier irgendwie so ein Gummiband finden. Wow, da war auch mein Hund. Den geht mal so hin. Okay. Okay. Ja, und weil mein älter Bruder nicht so ein Gummiband hat und in eine Lunatik Asylum ist, das bedeutet nichts. Whatever, Tad. Ihre Familie ist dein Geschäft. Don't lie, Jimmy. You said Tad was probably a hermaphrodite with that much inbreeding. A hermaphro what? Don't act dumb. You said his mom was also legally his aunt and that he probably had webtoes. I don't know. Well, just only on one foot. Tad, you're not gonna take that kind of crap from this scumbag, are you? You've, you've been ruled about mommy. Let's get this papa. Boah, Alter, der geht mir um den Sack. Hau, mich hier mit Dions, aber wir haben was los mit dir, du Affe. Ich hab' ja gerade Boxtraining gemacht und krieg dir den Bressen voll. Wie geil ist das denn? Alter. Oh ja, gibt's was zum Saufernen? Gib mir das doch nicht. Ach, diese Steuerung, du siehst nichts, weil der immer so doof lenken tut, ey. Unweil das! One, zwei, drei! Bei Fe Joche. Ich hab das wirklich gefragt, aber ich werde dich schlafen wie mein Vater schlafen mich! Jimmy Hopkins deliver! Woh, das ist ja doch! Oh, das ist ja doch! Du Saftarsch, kein mehr du. Ich guck den an und krieg mir den anderen auf die Fresse, okay? Sehr schön. Rollen, halt mal. Scheiß Spacken. Bleib ja liegen. Du Lul, 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 Scheiße. Hier ist da irgendwo ne Busseite statt, ihr habt schon irgendwo was gesehen. Hier, genau. Ich hoffe, den Arsch kann ich irgendwann mal voll in die Fresse und dann müssen wir die ganze Zeit auf den Sack gehen, der Prenner. Der geht mir ja wirklich permanent auf die Eier. Auch ein ganz cooler hier mit dem Vaisy. Wir können ja jetzt gar nichts weiter machen, oder? Ne, wir haben da hinten bloß die eine Mission, die eine haben wir gemacht, die Mission, die da unten, da komme ich gerade nicht hin. Oder ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Ich weiß nicht, wie ich hier unten hinkomme. Ich habe wirklich keine Ahnung, wie ich da unten hinkomme soll. Jetzt gibt es halt auch keinen Weg, der da irgendwie hinführt, ne? Seine ist bloß dieses hellgrüne zwischen diesen weißen und dem braun ist er bloß dieses kleine hellgrüne Ding. Aber ich komme da nicht hin. Oder ich weiß zumindest nicht, wie ich. Vielleicht muss ich unten, vielleicht muss ich nicht oben, vielleicht muss ich... Ich habe echt keine Ahnung. Ich muss da auch mal gucken dann. Oder halt dann in der nächsten Folge. Ich werde mich jetzt hier schlafen legen. Mach dann noch zwei, äh, den einen Tag. Oder die, 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 ähm... Die, sag schon, die Schulfächer und dann ist ja... Ja, dann ist es ja schon wieder... Dann ist es ja auch schon wieder fast so weit. Wohl. Warte mal, wir können uns aber ja noch mal schnell umziehen. Wir können uns ja noch mal schnell umziehen. Mindestlohnstört, okay. Hudi ist schwarz, ja, das passt so. Du geh mich nicht so scheiße an. Was ist los mit dir? Wer ist dein Glück? Mann, 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 Mann. Ich hab Schule... Oh, nee, Schule sind... Schule sind... Okay. Jetzt muss ich gucken, wo komme ich denn? Nee, muss ich... Wie muss ich denn da hinten? Wie kommt man denn dann hier her? Oh, ich hab hier wirklich keine Ahnung, ey. Wo hier her? Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. I'm in a crap mood today, so just shut up and get to work. Oh, mal sehen, was jetzt passiert. Ah, dann müssen wir wieder mit dem Fahrrad bereisen, oder? Mal sehen, was wir jetzt machen müssen. Hey, ich hab doch so rumgedreht. What the fuck? Shutting up and working? It works. Alright, you're getting somewhere now. 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 Okay, see you next time, Jim. Das ist manchmal so schlimm. Ich hab gegengesetzte Richtung gedreht. Uhrzeigung gegengesetzt. Und es geht nicht. Ich hab ein neues BMX freigeschalten. Na gut, das können sie bald n. Das können sie bald n, den Schmutz. Ach, die können wir hier abkürzen. Merke ich mir doch nie, oder? Aktivation, selbst auf die Fräse hauen. Einfach zu Boden gerungen, so gefällt mir das. Aber wo sehe ich denn jetzt gleich nochmal mein, mein Speicherdings? Was ist denn? B ist die Bushaltestelle, ja. Rechts haben wir dann auch noch was, was hier aufgeht. Das ist auch noch was. Aber ich frage mich immer noch, wo ist mein Dingsbumsgedingser. Äh, keine Ahnung. Ich hab kein Plan. Bada-bapu-bapu-bapu-bapu. Hör auf, hier rumzuflirten. Komm, nimm mal. Komm, nimm mal rein hier, lass knutschern. Danke, dass du mein Partner für dieses Projekt bist. Komm, nimm mal her. Doppel-Date besser. Ja, ja, komm, komm mal hinten. Ich muss zum Unerricht. Ja, komm. Doppel-Date besser reicht. Ich muss zur Schule. Verdammte Kacke. Jetzt rennen die mir da her. Wahnsinn. Was haben wir denn jetzt? Äh, Fotografie. Oh, das ist jetzt ganz neu. Das kenn ich noch gar nicht jetzt. Das hab ich noch gar nicht gemacht. Okay. Gutes Foto. Hi. Hi, I'm so flexited. Watsch, wisch'n Spollmann. Schmarrer mein Zeug. Warte mal, Mann. Wo ist denn jetzt schon wieder die dritte hier? Ah, hier. Okay. Nee, so, halt hier. Ah, ne? Wo ist ja noch vorne? Really? Wo ist denn hier noch vorne? Blut, haut auf, Alter. Was ist los mit euch Pissen, ey? Gnader, könnt ihr euch mal verpissen. Oh mein Gott, ey. Alter, ihr Sackfressen. Ah, da oben, was ist denn? Oh, kommt. Ah, da geht mir jetzt nicht auf die Ketten. Ach, komm, ey. Oh mein Gott. Blöcke, ich muss jetzt hier wirklich zu viert hier rumstehen und mir jetzt auf den Sack gehen, wo ich so eine scheiß Mission machen muss. Oh mein Gott, ey. Solche dummen Gesichter, ey. Schlechtes Foto, geil. Wie krieg ich denn jetzt ein gutes Foto hin? Wie krieg ich denn hier verschissen ein gutes Foto hin, ey? Es sind doch immer noch schon wieder vier. Alter, wie sind denn das? What the fuck, ey. Oh mein Gott. Ey, das geht mir grad voll auf den Sack. Ja genau, mach vor, dass wir so schnell Fotos machen, wenn ihr so sechs Spacken hier hinterher rennt. Oh mein Gott, ey. Wirklich sowas dummes manchmal. Gutes Foto, ja. Ja, sehr schön. Alter, das gibt's nicht, ey. Das geht mir. Boah, Alter, wo kommen denn die alle hin? Das ist doch Müll, oder? Na, Alter, der, ey, der liegt doch vor dir. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wie ich das Game manchmal liebe. Oh mein Gott, oh mein Gott, die Steuerung. Die Kamerasteuerung zumindest. Alter, der liegt doch hier unter dir. Ich visier, ich visier, ich visier den da hinten an. Hallo, drehst du dich mal rum, du... Oh, du bist so ein Gülle-Klumpen. Du bist so ein Gülle-Klumpen, weißt du das, ey. Ey, ich visier einen an und der guckt immer zu einem anderen. Oh mein Gott, ey. Alter, dieses... Diese Game-Steuerung. Hallo, drehst du dich mal rum? Das... Der dreht sich... Das ist so ein Müll. Ey, das ist kompletter Müll, Alter. Das ist so ein Müll, wirklich. Ja, mache Fotos... Oh mein Gott, ey. Er springt, er springt. Ich gehe kaputt, er springt. Genau, dieses... Dieses Game, dieses Game... Hä, wo renn... Oh mein Gott, wo rennst denn du hinten? Oh, diese Steuerung, die pisst mich so an. Diese Steuerung ist kompletter Müll. Diese Steuerung, die ist kompletter Müll. Ey, dann lässt du mich mal in Ruhe, ey. Oh mein Gott, du gehst mir so auf die Eier. Und jetzt ist die Scheiße... Diese Scheiß... Was ist das jetzt abgebrochen, oder? Diese Scheiß... Das ist so ein Müll. Das ist kompletter Scheiß, Alter. Ich könnte mich ja gerade aufregen. Ich könnte den jetzt so in das Hirn scheißen, diesen Wichsern, Alter. Ich kriege... Ich kriege keine wirklichen Anfälle hier. Oh mein Gott. Bist du zu behindert, mal so einen Typen umzuschlagen? Oh mein... Die... 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 Wo rennst denn diese Steuerung, hallo? Bist du denn behindert? Oh mein Gott. Was ist denn da los? Ich krieg das nicht... Ich komm hier nicht weggesteuert, Alter. Hey, der... Der dreht sich immer rum. Die... 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 Nee, 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 das kannst du keinem erzählen. Ich geh jetzt speichern. Ey, ich hab grad die Schnauze voll. Das ist so ein Schmutz. Wie kann denn das sein, dass so sechs, sieben Leute dastehen? Dann... Der hat die ganze Zeit. Ich visier ein an. Ich drück auf zuschlagen und er dreht sich rum und guckt den anderen auf einmal an, der drei Meter weit weg steht. Das ist ein Schmutz. Also, nee, 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 keine Ahnung. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ey. Ich rage selten, selten, sehr selten. Aber wirklich bei so einer Scheiße, da könnte man nur explodieren, wirklich. Aber nichtsdestotrotz, ich danke euch fürs Zuschauen, fürs Einschalten. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Lasst euch nicht ärgern, lasst euch nicht klauen. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.